hallo leute hier schutzmann ja auf geht's rankt silber liga gegner team karger messe schulschutz tippets meins meins hat man nicht so oft gesehen aber die bayard die hast du wirklich oft gesehen benson benson war auch wenig muss ich wirklich zugeben wir haben eine yumi harry die habe ich auch nicht oft gesehen und eine monarch das ist ja so ein kleiner geheimtipp von mir der superheal der macht schon wirklich was weg und wir haben auch eine bayard und eine lightning lightning guns sind mörder also für den forschungsbaum dd natürlich gut aber gegen die kossacks kommst du auch mit der lightning kossacks ist einfach die op kiste viel cv ist jetzt drin ich habe jede runde cv die flugabwehr von artago ist so lalala das wie schokoküsse kurz vorm ablaufen kann man sich das gut vorstellen ja meine idee fährt aber außen nicht in den mittel cap das hat natürlich mal vor und nachteile wie gesagt ich habe schon in dem vorigen video gesagt wenn ihr dds habt die hier in die mitte fahren dann kannst du hier dich reinschleichen oder da reinschleichen und ihr könnt schön mit euren guns die wenn ihr kreuzer fahrt die dds supporten ihr habt torpedos meistens hydro ihr seid relativ sicher vom schlachtschiff geschütze aber ein cv kann euch da auch mal locker raushauen ne bayard fährt runter zum zum buff karger hat es mit mir ich versuche natürlich hier irgendwie was zu machen zu dodgen und zack ja nur 3000 und brand und torpedos serge kommt hier angenagelt da ist auch noch mal ähm ne meins meins ist unangenehm wenn die sich irgendwo an der insel festgesetzt hat dann hast du echt probleme ich bremse ein bisschen ab ich weiß nicht serge macht quatsch serge will unbedingt den mittel buff haben hier reload ich werde aber gierig ich sehe die meins hat so viel gefressen und die hat wohl repariert nochmal drauf schießen völlig egal ich mache glaube ich gleich hydro an ich weiß gar nicht ob die benzen top so schnell überhaupt nachladen ja noch mal ein brand sehr schön und der müsste jetzt der müsste jetzt aber auch durch ticken ich achte mal auf mein damage ja ähm torpedos kommen ja das ärgert mich ein bisschen ich habe keine ahnung ob man das ob das neu ist warum bei meiner atago immer der der ähm torpedowinkel auf breit gestellt ist meine hydro läuft ja ich bremse ab aber ich weiß nicht ob ich den karger spieler schon mal eine runde vorher hatte oder so aber der hat das irgendwie auf mich abgesehen serge ist hier am stoff geben ich schmeiß mal torpedos ich hab die nix getroffen so wie sich das gehört hier außen ist meine bayard die hilft mir natürlich sehr gut sehr schmachten fehler ich habe ein bisschen zu kurz gezielt ich bin offen dahin ist die gegner bayard ich will aber erst eine idee raus haben nur ein treffer war wirklich mau ich habe auch angst dass ich auch was von rechts kriege deshalb lenke ich auch hart ein ich bremse noch mal ich merke aber dass ich durchschlüpfe also gebe ich wieder gas erster torpedowinkel und dann denke ich mir kein bock da jetzt die ganze zeit auf die benzen zu zimmern aber ähm atago der atago sag ich schon hier ähm bayard ist auch ätzend ja die odessa hatte irgendwie eine kleine fehde mit mir der wollte dass ich wegkomme ich weiß nicht ob ihr mich schon mal in einer anderen runde gesehen habt oder so traurig daneben geschossen die atago he macht aber an der bayard richtig schön viel schaden weil die bayard halt superdüngepanzert ist bayard macht quatsch regelt dahin und her hat sich wirklich eine absolut schlechte position gefahren unser cv hält das alles auf das ist sehr gut ich komme aber langsam nicht mehr rüber das soll ich das werden wir schaffen irgendwas hat er der bayard spieler hat nochmal einen ausfall das hat er ich will nicht weiter vorfahren weil ich keinen bock habe auf die messe schulschützt die bayard geht schön durch die top p und aus die maus ich warte noch ein bisschen die secondary von der messe schulschützt falsch auf mich meine hydros aus ich bin auf durch flieger ich sehe dass die turpets anscheinend in die mitte will hier also nutze ich hier ach hat die atago äh atago so schon die messe schulschützt haben auf mich geschossen ich bin auf dd ist hier irgendwo ich gehe sonst so nicht einfach auf ich brems ich guck er dreht weg also muss ich ein bisschen vorhalten weg von der secondary karga flieger sind da hinten rüberriere ich ich will rüberrieren drück auf u bitte ne ich fand meine torpedos voll interessanter ja doch jetzt mache ich rpf kommt meins will weg ich schieße nochmal auf die meins ich bin schon wieder auf da ist Serge mich aufgeklärt und hat schön in meinen schuss reingedreht ja cv gameplay ist halt also wenn du cv im da drin hast dann kann das schwierig werden so torpedos schießt auf die torpedotreffer auf die turpets ich mache hydro an ich push Serge ich benutze meine torpedos sehe aber dass er kill that idiot please oh wen will er dann töten meint er etwa den dd die beiden gegner schlachtschiffe sind einfach durchgedrückt wir haben keinen wir haben nur einmal unseren lebens buff da ich will aber jetzt Serge rausnehmen die benzen ist nicht so schnell ihr kommt gut hinterher äh Tirpets ist draußen sehr schön die war schon sehr low hp optimus hat äh war optimistisch und hat geregelt meine hydro läuft ich versuche speed aufzubauen ich bin auf ich weiß nicht warum ich auf bin da ist Serge weiß nicht warum der jetzt unbedingt in gunfight mit der Bayard gehen musste für mich war es okay ich sehe auf der minimap dass die ähm Messe Schuhschutz breit steht zu mir ich will aber den dd raus haben der brennt und Bayard hat geregelt ich muss mich anwinkeln ich sehe nämlich hier Kollege Schnürschuh das zielt schon auf mich ich bremse ab ich mache irgendwas und hoffe dass es nicht so hart trifft ja das war deine Chance noch eine kriegst du nicht von mir und jetzt ist die Messe Schuhschutz dran jetzt wird fleißig geschimpft tp erhöhung tp erhöhung nochmal ich weiß nicht Karagaspieler was soll er machen ne also ist halt nicht viel los gut kolossus hat geregelt ne ich weiß nicht ich spiel 0 cv ich wurde mal so hart weg geflammt die ganze Zeit in meiner kloßbätern als es denn das rework war habe ich mir geschworen ne das mache ich nie wieder da ist die Karga Odessa ich habe nochmal fast vier auf die Messe Schuhschutz gepackt die hat aber keine Chance hohe Nachfrag geregelt ja ähm Flieger raus ich habe kurz ja mal an hier wie viel Dive Bomber hier rumschwirren äh Karga hat keine Chance ich bin schneller meine Flugabwehr regelt meine ich habe Ladezeitverkürzung das finde ich sehr gut aber nochmal hart getroffen Theoretisch müssen die Torpedos ankommen er versucht abzuhauen nochmal schön hinten aufs Heck das mag die Karga nicht ja habt ihr gesehen 5 5 Treffer und äh das war's meine Jungs Ketten haben wir souverän runter gespielt ähm wie gesagt ich kann euch diese Position empfehlen wenn ihr Kreuze spielt ihr könnt euren DDs schützen ihr seid relativ safe wow dachte ich mir nächste Runde ich repariere zur Sicherheit nochmal und weiß nicht ja also hat Spaß gemacht die Rank Runden haben wirklich Spaß gemacht ne ist halt auch schön ihr kriegt Stahl ihr kriegt Dublon ich glaube boah ich denke mal wenn ihr Anfang des Jahres nur die Bronzeliga durchspielt und die Dublonen kriegt oder meinetwegen die Silberliga auch noch mit dazu dann könnt ihr euch am Jahresende mit dem Coupon einfach ein 8er Premium Schiff holen ja das ist locker drin wenn ihr jede Rank Season mitmacht ein 7er auf jeden Fall mit dem Coupon ne zum Jahresende gibt es ja immer für Dublonen und so einen Coupon das könnt ihr richtig machen ja Carga meine Carga hat gut gespielt die Gegner Carga war nicht so gut 2100 Base XP ok danke nochmal dass ich so einen guten CV Player drin hatte ich bin auf Rang 3 mittlerweile ja und mal gucken heute geht es weiter also 1,2 Replays von der Atago werdet ihr noch bekommen was war das netto 6,5 ja kann man nicht meckern ok Leute ich wünsche euch auch viel Spaß und vor allen Dingen viel Glück bei euer Rank Season macht's gut ciao